Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein Video mit den letzten zwei gelesenen Büchern für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, die Legende der vier Königreiche ungekrönt von Amy Tintara. Das ist der erste Teil einer Dilogie und der zweite kommt nächstes Jahr im Frühjahr auf jeden Fall, glaube ich, mit raus. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie diese Geschichte hier weitergeht, denn dieses Buch hat mir unglaublich gut gefallen. Ich fand den Schreibstil toll, ich fand die Geschichte toll, ich fand die Charaktere toll, ich fand dieses ganze Buch einfach rundum richtig, richtig gut. Es hatte hier und da so ein, zwei kleine Schwächen, die mich ein bisschen gestört haben beim Lesen, aber das war jetzt nichts Dramatisches. Deswegen habe ich dem Ganzen auch noch fünf Sterne gegeben auf Goodreads, denn es war eine richtig, richtig, richtig gute Geschichte. In diesem Buch geht es um M und M's Königreich liegt in Schutt und Asche. Der Herrscher von Lera hat ihr Königreich, Ruina, komplett zerstört und ihr Volk quasi zur Ausrottung getrieben, denn das Volk von M hat magische Fähigkeiten und der König von Lera hat Angst, mehr oder weniger vor diesem Volk gehabt, dass sie ihn irgendwann mal angreifen, weil dann wäre er ziemlich am Arsch gewesen, auf gut Deutsch. Denn wie gesagt, sie haben besondere Fähigkeiten und können verschiedene Dinge bewirken und deswegen hat er dieses Volk einfach mal kurzerhand abgeschlachtet, umgebracht, die Königin ermordet, den König ermordet und die Thronerbin entführt. In dieser Geschichte geht es aber eigentlich um M und M ist die eigentliche Thronerbin von Ruina. Da sie aber keine besonderen Fähigkeiten hat, wäre sie niemals zur Königin gekrönt worden, sondern ihre Schwester Olivia. Und Olivia, wie gesagt, wurde von dem König von Lera entführt und gefangen genommen. Nun versucht M einige Jahre später, ihre Schwester zu befreien und zurückzuholen. Und dafür hat sie einen heimtückischen Plan geschmiedet und zwar möchte sie die Verlobte des Prinzen umbringen und deren Stelle einnehmen, um sich an den Hof einzuschleichen. Und der Plan von M sieht vor, dass die komplette königliche Familie von Lera ausgelöscht wird und das Königreich von ihr und ihrem Königreich, was ihr zur Seite steht und ihr hilft, unterworfen wird und sie quasi Rache nehmen kann und ihr Volk retten und beschützen kann. Und ob dieser Plan gelingt und was da halt noch alles passiert, das ist es, worum es im ersten Teil die Legende der für Königreiche ungekrönt geht. Ich muss sagen, dass ich von diesem Buch etwas völlig anderes erwartet hätte, wie das, was es gewesen ist. Und das meine ich im positiven Sinn. Ich mag High-Fantasy-Geschichten total und ich mag High-Fantasy-Geschichten, die eine Liebesgeschichte haben, die auch gerne mal ein bisschen weiter im Vordergrund stehen darf. Und so war es bei diesem Buch und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ihr wisst, ich mag kitschige Jugendbücher, ich mag Stereotypen in Jugendbüchern bis zu einem gewissen Grad und ich mag es halt auch, wenn die Handlung so ein bisschen stereotypisch auch ist. Also ich habe damit keine Probleme und das sind jetzt keine Sachen, die ich jetzt persönlich immer so zu kritisieren habe. Denn jedes Buch ist irgendwie wie das andere, also High-Fantasy ist nur mal High-Fantasy und in den meisten Büchern geht es nur mal um Prinzessinnen oder Prinzen und in der Dystopie geht es auch immer um irgendwelche Kulturen, die untergehen. Deswegen finde ich sowas immer schwachsinnig, dass man immer sagt, ja, das ist ja wie das und das. Ja, es ist natürlich wie das und das von der Art her, denn es ist das gleiche Genre. Meine Fresse, was regt ihr euch immer alle so auf? Ja, darum soll es aber heute gar nicht gehen. Also wie gesagt, ich fand das Buch richtig gut, ich mochte die Handlung total. Ich mochte es, dass die Liebesgeschichte hier ziemlich weit im Vordergrund stand. Ich fand den Verlauf der Geschichte richtig gut und ich fand das Ende vor allem richtig spannend. Ich bin jetzt so gespannt, wie es weitergeht im zweiten Teil, denn das Ende war jetzt kein... Denn das Ende hat jetzt keinen direkten fiesen Cliffhanger, nur so ein bisschen vielleicht. Aber man ist einfach gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht durch die Entwicklung, die am Ende gerade nochmal passiert sind. Und es war einfach, das Ende war einfach so, was? Was hat die getan? Oh mein Gott. Und dann war das Buch vorbei und du denkst dir so, super. Und nun, ja, also ich möchte den zweiten Teil auf jeden Fall lesen, denn wie gesagt, dieses Ende war absolut spannend und richtig, richtig gut. Wir können jetzt nicht spielen. Wir wollen doch eben extra nochmal Ball spielen draußen, bevor ich angefangen habe zu drehen. Hm? Ich habe extra nochmal mit dir beigespielt. Und nichts hat es gebracht. Du springst trotzdem hier rum. Das machst du. Oh mein Gott, dieser Hund. Das war der typische Gastauftritt meines Hundes. Mal gucken, ob er gleich nochmal durchs Bild springt. Irgendwie ist der heute total unruhig. Es tut mir voll leid. Ich werde hier immer wieder unterbrochen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Handlung war richtig gut. Hat mir mega gut gefallen. Ich mochte den Verlauf der Geschichte und die ganze Entwicklung und das Ganze drum und dran. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht im zweiten Teil. Weil zu den Charakteren kann ich schon sagen, dass ich Emma, Ina oder M, wie sie in diesem Buch genannt wird, als Protagonistin wirklich richtig gut fand. Ich konnte ihre Ängste verstehen. Ich konnte ihre Zweifel verstehen. Ich konnte ihren inneren Zwiespalt auch total verstehen, wie sie dann entwickelt hat in dieser Geschichte. Ich mag sie total und ich fand sie super sympathisch. Wie gesagt, ich konnte ihre Reaktion komplett nachvollziehen und verstehen. Ich konnte ihren Zwiespalt nachvollziehen. Und ja, ich fand sie einfach ganz, ganz toll als Protagonistin in diesem Buch. Was die Nebencharaktere in diesem Buch angeht, fand ich sie auch richtig, richtig gut. Ich mochte Cass, also Prinz Kasimir total. Er war ein bisschen dummgut manchmal, möchte ich sagen. Also ein bisschen leichtgläubig auf jeden Fall. Und ja, das gilt irgendwie für das ganze Königreich-Lehrer. Das ist eins von diesen Punkten, was mich so ein bisschen gestört hat, diese Leichtgläubigkeit. Aber es hat mich jetzt nicht extrem genervt beim Lesen. Da ist das Buch, was ich aktuell lese, viel, viel schlimmer. Diese Naivität in dieser Geschichte ist einfach nur... Es ist auch ein High-Fantasy-Jugendbuch. Und dieses Jugendbuch wurde extrem gehypt. Und ich kann diesen Hype gerade nicht verstehen, dass dieses Buch tausendmal besser, wie das, was wir aktuell lesen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ich aktuell lese, es ist Kuss der Lüge. Und ich finde dieses Buch bisher absolut langweilig. Und naja, wir sind jetzt bei der Hälfte. Ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ja, auf jeden Fall war dieses Buch tausendmal besser als Kuss der Lüge bisher. Und ich verstehe diesen Hype um dieses Buch einfach nicht, sorry. Also, ja. Aber wir sind ja jetzt wieder bei dem Buch. Ich schweife heute schon wieder total ab. Es tut mir leid. Ja, also wie gesagt, tolle Charaktere. Die Nebencharaktere haben mir auch richtig gut gefallen. Prinz Kasimir war ganz, ganz toll. Wie gesagt, bis auf diese Naivität, die er und auch seine Familie irgendwie an den Tag gelegt hat. Das war auch ein bisschen merkwürdig. Ansonsten fand ich die anderen Nebencharaktere auch richtig gut. Ich mochte den Freund von M total, dessen Name mir gerade entfallen ist. Dann fand ich ihre Schwester als Charakter richtig gut zum Ende hin. Also, die war mal richtig krass und was das betrifft, bin ich auf jeden Fall so gespannt, wie es weitergeht. Und auch wie gesagt, das Ganze drum und dran hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Charakterentwicklung mochte ich total. Ich konnte es alles komplett nachvollziehen und ich konnte sie verstehen. Und ja, ich mochte es einfach von den Charakteren her richtig gern. Ansonsten, was das Setting anbelangt, kann ich schon sagen, dass mir das in diesem Buch richtig gut gefallen hat. Ich mochte die Welt, in der das Ganze gespielt hat. Es ist so eine typische High Fantasy Welt. Obwohl ich zwischendurch manchmal so gedacht habe, so, hä? Hä? Das sind jetzt so Elemente, die in unserer Welt drin vorkommen. Das hat für mich nichts in High Fantasy zu suchen. Zum Beispiel, wenn es um die Beschreibung der Kleidung geht. Im Mittelalter gab es ja eigentlich keine T-Shirts und dann sind da halt solche Sätze drin, wie sie zog sich das T-Shirt über. Und du denkst dir so, hä? Ein T-Shirt ist ein T-Shirt. Und sowas hatten die damals nicht. Das muss doch irgendeine Bluse gewesen sein oder sowas. Und das hat mich auch so ein bisschen gestört, dass diese Wortwahl teilweise nicht passend für High Fantasy war. Das sind halt so Dinge, die so ein kleines bisschen nerven. Und ja, das war halt auch so eine Sache, dass manche Beschreibungen und Ausdrücke in diesem Buch einfach nicht in diese Zeit gepasst haben. Aber ich bin jetzt nicht so der Mensch, der auf sowas extrem Wert liegt. Deswegen hat es mich jetzt nicht weiter gestört, aber es ist mir halt auch aufgefallen. Sonst, was das Worldbuilding betrifft, hätte ich es schön gefunden, wenn eine Karte dran gewesen wäre. Das finde ich immer sehr praktisch, wenn man sich da die Dimensionen und das alles der Welt besser vorstellen kann und sich besser vorstellen kann, wo liegt was, wo liegt was. So weißt du nur, das Königreich liegt im Süden, das im Osten, das im Westen und das im Norden. Und du denkst dir, okay, ich habe mir dann gedacht, okay, so sieht Deutschland aus. Das ist im Norden, das ist im Süden, das ist Ost und West. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig bei High Fantasy, finde ich, wenn da keine Karte drin ist und dir so ein bisschen die Welt wenigstens zeichnet, von den Dimensionen und der Größe her. Das fand ich halt ein bisschen schade, aber ansonsten fand ich die Beschreibungen gut. Ich, wie gesagt, fand das Setting und Worldbuilding richtig, richtig gut gemacht. Ich hatte da auch keine Probleme mit in den Szenenbeschreibungen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, mehr gibt es zum Worldbuilding auch nicht zu sagen. Was den Schreibstil von Amy Tentera betrifft, hat er mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein lockerer, leichter Jugendbuch, schreibt sie. Er ist manchmal ein bisschen kitschig, er ist aber auch sehr, sehr spannend und emotionsgeladen. Und er ist teilweise auch wirklich ein bisschen brutal gewesen, gerade zum Ende hin, wo diese Schlachten dann waren. Da war es schon ein bisschen, ja, doch von den Beschreibungen her schon ein bisschen eklig. Aber jetzt nicht ganz schlimm eklig. Es ist ein Jugendbuch, ne? Also, das ist jetzt nicht so wie andere Bücher. Aber es war von den Beschreibungen her schon teilweise nicht ohne. Aber ich fand das jetzt persönlich nicht schlimm. Ich habe das gemocht. Ich mochte die ganze Art und Weise, wie dieses Buch erzählt wurde. Ich fand die Konversation toll. Ich mochte den Schreibstil, ich mochte die Perspektive. Ich fand das richtig, richtig gut und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mein Fazit zu Die Legende, der für Königreiche ist, dass es ein gelungenes Jugendteil-Fantasy-Buch ist, wo die Liebesgeschichte so ein bisschen im Vordergrund steht. Die Liebesgeschichte braucht am Anfang so ein bisschen, ehe sie in Schwung kommt und ehe sie denn dann eigentlich da ist. Was ich jetzt aber nicht weiter schlimm fand, ich hätte halt mir nur gern noch vielleicht einen besseren Übergang gewünscht zu dieser Liebesgeschichte. Denn es war sie nicht da oder zack war sie da und du denkst dir so, hä, wo kommt das denn jetzt her? Und ja, da hätte ich mir irgendwie einen weicheren Übergang gewünscht, dass man da einfach mehr Andeutungen im Vorfeld vielleicht einfach noch mit reingeschrieben hätte. Das war halt auch nur so ein Punkt, was mich so ein bisschen gestört hat. Aber ich glaube, das waren jetzt auch alle Punkte, die mich gestört haben an diesem Buch. Aber wo diese Liebesgeschichte dann einmal wirklich da war und am Laufen war, fand ich es richtig gut und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, im Großen und Ganzen kann man nur sagen, dass die Legende der vier Königreiche ein ganz, ganz tolles Jugendbuch ist. Ich auf den zweiten Teil auf jeden Fall extrem gespannt bin, vor allem nach diesem Ende. Oh mein Gott, das Ende war so gut und es war so krass und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Und wenn ihr Lust auf eine High-Fantasy-Geschichte habt, wo die Liebesgeschichte ein bisschen weiter im Vordergrund steht, die ein bisschen kitschig und ein bisschen schmalzig ist und auch ein bisschen Stereotyp beinhaltet, halt so das typische Jugendbuch, dann schaut euch die Legende der vier Königreiche auf jeden Fall mal an. Ich freue mich auf den zweiten Teil und kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Und das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Um die Ecke geküsst von Mac Cabot. Ich durfte mir dieses Buch beim Haber-Collins-Verlag zum Blockertreffen aussuchen und mitnehmen und ich fand, das klang einfach ganz, ganz süß und ganz, ganz toll. Und ich hätte einfach mal genauer hinten lesen sollen über die Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben wurde, denn das war absolut nicht so meins. Aber wie immer ganz kurz erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Melissa. Und Melissa kommt eines Tages zu spät zur Arbeit und erzählt dann, dass sie ihre Nachbarin in der Wohnung gefunden hat, sie schwer verletzt ist und einen Krankenwagen rufen musste, dann auch sich um den Hund kümmern musste und die zwei Katzen von der Nachbarin und es deswegen halt nicht mehr pünktlich zur Arbeit geschafft hat. Nun ist es so, dass Melissa nicht weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll, denn es ist niemand weiter da, der sich um die Tiere ihrer Nachbarin kümmern kann und so nimmt sie sich deren an. Und so versucht Melissa den einzig noch lebenden Verwandten ausfindig zu machen von ihrer Nachbarin und der hat aber eigentlich gerade nicht so wirklich Bock auf sie und sagt dann aber zu ihr, dass er kommt und sich um die Tiere kümmert und schickt aber seinen Kumpel vor. Und als die beiden dann aufeinandertreffen, stellen sie dann sehr, sehr schnell fest, dass da irgendwie mehr ist zwischen ihnen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass sich John natürlich als jemand ganz anderes ausgegeben hat, wie er denn eigentlich ist, denn er ist ja gar nicht der Verwandte der Nachbarin und wie soll er das Melissa denn alles nur erklären? Und am Ende steht die Frage, wird sie hinter dieses Geheimnis kommen und wenn ja, wie geht sie damit um? Und ich muss sagen, dass das Buch einfach vom Inhalt her ultra spannend klang. Ich meine, da kommen Tiere drin vor und es ist eine Liebesgeschichte und ich fand einfach, es hat sich sehr, sehr süß angehört und ich muss auch sagen, dass die Geschichte eigentlich, wenn es eine normale Geschichte wäre, wirklich mir hundertprozentig gefallen hätte in ihrer ganzen Art und Weise. Aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Problem an diesem Buch, dieses ganze Buch besteht aus E-Mails. Man erfährt die komplette Geschichte nur aus dem E-Mail-Verkehr, den die sich hin und her schreiben. Und ja, das ist ein ganz schön arges Problem, denn wie gesagt, man erfährt das alles nur durch diese E-Mails, die alle sich untereinander schreiben, die ganzen Charaktere, die in diesem Buch drin vorkommen. Und das macht es teilweise wirklich sehr, sehr schwer, das Ganze auch erstmal nachzuvollziehen, weil man natürlich immer wieder gucken muss, wer schreibt jetzt hier gerade wem. Und da hatte ich auch echt richtig Probleme, in die Geschichte reinzukommen. Aber so richtig, ich habe echt nach 50 Seiten gedacht, boah, ich schmeiße das Buch in die Ecke, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und dann habe ich mir aber gedacht, nein, komm, zieh das jetzt durch, du liest jetzt weiter. Und ich sage mal, ich war so bei der Hälfte, da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe mich daran gewöhnt, an diese ganze Art und Weise. Aber es war natürlich erstmal sehr, sehr holprig und sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Wo ich es dann hatte, ging es. Ich habe dieses Buch auch an einem Nachmittag gelesen. Auch wenn es recht dick ist, durch diesen ganzen E-Mail-Verkehr und diese ganzen leeren Absätze dazwischen drin und teilweise alles in Großbuchstaben, kommt man einfach wahnsinnig schnell durch dieses Buch. Und wie gesagt, ich fand die Handlung im Großen und Ganzen eigentlich richtig cool. Ich machte die Charaktere auch, wenn ich halt das Problem hatte, dass ich mir die Charaktere weder vorstellen konnte, noch dass ich mir ein richtiges Bild von den Charakteren machen konnte, weil die waren einfach alle nicht greifbar. Die waren halt alle, dadurch, dass man die nur aus diesem E-Mail-Verkehr her kennt, irgendwie alle nur so halb da. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist ziemlich schwierig zu beschreiben. Aber ich habe halt keine Beziehung zu den Charakteren in dem Moment aufbauen können, weder zu Melissa, noch zu John, noch zu irgendeinem anderen Charakter. Und das war ein richtig großes Problem in diesem Buch. Ja, aber ansonsten mochte ich die Charaktere eigentlich im Großen und Ganzen. Was das Setting betrifft, dieses Buch spielt in New York, was ja eines meiner absoluten Lieblingssettings ist, wie ihr wisst. Und ich hatte mit dem Setting keine Probleme, weil ich natürlich zum einen weiß, wie New York aussieht, und zum anderen habe ich schon, keine Ahnung, wie viele Bücher gelesen, wo New York als Setting hergehalten hat. Deswegen habe ich da natürlich schon meine bestimmten Sachen im Kopf. Aber es ist halt trotzdem immer ein bisschen schwierig gewesen, da reinzukommen in diese ganzen Szenen und diese ganzen Erzählungen, weil das halt wirklich alles E-Mails sind, wo man die Geschichte einfach nur erzählt bekommt. Und das war halt echt schade. Ansonsten, was den Schreibstil von MacCabit angeht, wenn das eine richtige Geschichte gewesen wäre, wäre der richtig gut gewesen. Er wäre witzig gewesen, charmant, spannend auch. Und ja, ich habe aber absolut leider keinen Bezug zu dieser Geschichte bekommen, weil dieses ganze Buch aus E-Mail-Verkehr nur besteht. Und das war wirklich schade, denn sonst wäre es ein wirklich richtig gutes Fünf-Sterne-Buch geworden. Aber so kann ich nur sagen, dass es eine nette Geschichte ist, wo ich leider keinen Bezug zu den Charakteren hatte, wo ich vom Setting her hier und da ein paar Lücken hatte, wo ich von der Handlung her mir einfach mehr erwartet hätte, weil es ist auch die Handlung, und die ist auch dadurch, finde ich, nicht so richtig rübergekommen, leider. Und das fand ich sehr, sehr schade, denn dieses Buch hätte einfach gut werden können, wenn es nicht nur aus E-Mails bestanden hätte. Schade eigentlich. Fazit zu Um die Ecke geküsst ist, dass es ein Buch geworden wäre, was mich 100% überzeugt hätte, wenn die ganze Aufmachung anders gewesen wäre und nicht nur aus diesem E-Mail-Verkehr bestanden hätte. Ich weiß, dass es, ich weiß, dass dies der erste Teil einer Reihe ist. Ich habe schon geguckt, die anderen Teile dieser Reihen bestehen leider auch nur komplett aus E-Mails. Das heißt, ich werde sie auch nicht weiterlesen, denn, ja, es hat mich einfach so genervt beim Lesen, dass das diese ganze Art und Weise mit diesen E-Mails fand ich einfach nicht cool. Das war einfach nicht meins. Sonst hätte ich echt weitergelesen, denn, wie gesagt, ich mochte eigentlich die Schreibstil, ich mochte die Charaktere, ich fand die Handlung richtig gut, aber es hat nicht mit mir gesprochen, so richtig das Buch, und deswegen war ich dann froh, als ich es nach fünf Stunden auch beendet hatte. Wirklich, ich habe nur fünf Stunden gebraucht für dieses Buch. Krass, oder? Aber wie gesagt, diese E-Mails, dadurch liest man das wirklich relativ schnell. Ja, mehr kann ich zu diesem Buch auch nicht sagen, außer, schöne Geschichte mit einer doofen Aufmache. Das waren meine zwei zuletzt gelesenen Bücher. Wenn ihr eins von den Büchern kennt und schon gelesen habt, schreibt mir doch eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.